Hi, ich habe eine Challenge heute. Für die braucht ihr einfach nur einen Ball. Ihr setzt euch auf den Boden, hebt die Beine an und kreift den Ball um eure Hüfte. Der Ball darf nicht vom Boden abheben und die Füße nicht den Boden berühren. Wenn ihr einmal durch die Beine kreift, habt ihr einen Punkt. Viel Spaß bei der Challenge!